Nachdenkseiten Die kritische Website Bundesregierung zu ausgereisten deutschen Extremisten Der überwiegende Teil dieser Personen sympathisiert mit der ukrainischen Seite. Ein Beitrag von Florian Warwick Laut Angaben der Bundesregierung sind Dutzende Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die dem Bereich der sogenannten politisch motivierten Kriminalität, kurz PMK, zuzuordnen sind, in die Ukraine ausgereist. Ein Großteil soll dabei nach Einschätzung des Innenministeriums mit der ukrainischen Seite sympathisieren. Für rund die Hälfte der erfassten Personen sollen sogenannte Anhaltspunkte vorlegen, dass diese mit der Absicht zur Teilnahme an Kampfhandlungen ausgereist sind. Zu der Frage, was mit diesen dann militärisch geschulten Personen mit extremistischem Hintergrund nach wieder Einreise in die Bundesrepublik geschieht, macht die Bundesregierung bisher keine Angaben. Zitat Diese Frage stellte im Dezember der Bundestagsabgeordnete Peter Bistron, außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. In ihrer Antwort verweist die Bundesregierung zunächst darauf, dass die Bundessicherheitsbehörden solche Daten nur zur Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit beziehungsweise Wohnsitz in Deutschland erfassen, wenn ein Zitat Extremismusbezug beziehungsweise Bezug zur politisch motivierten Kriminalität, kurz PMK, Zitatende, vorliegt. Mit Verweis auf Stand 30. November 2022 spricht das Innenministerium in seiner Antwort von 38 bekannten Personen, die einen Extremismusbezug aufweisen und im Kontext des Krieges in die Ukraine ausgereist seien. Für 17 dieser Personen lägen tatsächliche Anhaltspunkte vor, dass Ausreise mit der Absicht zur Teilnahme an Kampfhandlungen in die Ukraine erfolgte. Zu drei dieser Personen sollen dem Innenministerium zufolge konkrete Anhaltspunkte für eine tatsächliche Beteiligung an Kampfhandlungen auf Seiten einer Konfliktpartei vorliegen. Die Antwort der Bundesregierung schließt interessanterweise mit einer Aussage, die in der schriftlichen Frage gar nicht thematisiert wurde. Zitat Die Bundesregierung macht keinerlei Angaben darüber, welchem politischen Spektrum die erfassten ausgereisten deutschen Staatsbürger mit Bezug zur politisch motivierten Kriminalität zugeordnet werden. Es ist aber angesichts der bisher bekannt gewordenen Fälle und Aussagen, bereits Anfang Mai 2022 bestätigte die Bundesregierung auf Anfrage die Ausreise von 20 deutschen Rechtsextremen ins ukrainische Kriegsgebiet. Es ist also davon auszugehen, dass ein Großteil der erwähnten Söldner und Freiwilligen dem Umfeld der maßgeblich von ehemaligen NPD-Funktionären gegründeten rechtsextremen Kleinpartei der Dritte Weg entstammen. Deren Chef Matthias Fischer zieht auf Reden regelmäßig über sogenannte Putins Neobolschewiken her und bittet um Spenden, Zitat, Das Asov-Regiment wird gepriesen als, Zitat, Bewaffnete Arm der nationalen Bewegung, die sich in einem heldenhaften Kampf um die Freiheit, Zitat, Ende befinde. Russland dagegen wird in Publikationen und Reden des Dritten Weges als sogenannter Vielvölkerstaat, in dem Asiaten Judenmuslime ihren Platz hätten, gegeißelt. Die Nationalisten in der Ukraine hätten mittelfristig das größte Potenzial in Europa, so eine weitere Begründung der rechtsextremen Partei, für die materielle und wohl auch personelle Unterstützung. 800 Kälteschutzanzüge der Bundeswehr will der Dritte Weg alleine im März und April, wie unter anderem die Taz in einem verlinkten Beitrag berichtete, an sogenannte nationalistische Einheiten geliefert haben, direkt an die Front. Dazu kamen 200 Kampfwesten, Dutzende Splitterschutzwesten und Funkgeräte, sowie schusssichere Platten und drei Wärmebildkameras. Die Bundesregierung bestätigte auf Anfrage, dass diese Fahrten stattgefunden haben. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD hatte bereits im März 2022 mit einer vielsagenden Einschränkung angekündigt, dass man weitere Ausreisen verhindern wolle, Zitat. Bei Extremisten wollen wir verhindern, dass sie sich an kriegerischen Aktionen beteiligen, Zitat Ende. Wie das konkret geschehen soll, ließ sie aber bis heute offen. Das Bundesjustizministerium hatte schon kurz nach dem 24. Februar öffentlich erklärt, Zitat, Brandenburgs Verfassungschef Jörg Müller verweist in dem Zusammenhang darauf, dass deutsche Rechtsextremisten schon in der Vergangenheit in der Ukraine regelmäßig Kampftrainings absolvierten. Die direkte Beteiligung an Kriegshandlungen und entsprechende Möglichkeiten zum Waffenerwerb hätten aber eine neue Qualität, Zitat. Wenn wir eines nicht gebrauchen können, dann sind es Neonazis, die nun an Waffen kommen und weiter verrohen, Zitat Ende. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. drill in den們 Video